Wenn du dir zu viele Tricks von meinem Kanal abschaust, dann kann das deinem Kanal sogar schaden. Was meine ich damit? Naja, die meisten YouTube-Experten, nicht nur ich selber. Wir erklären natürlich ganz allgemein, wie YouTube funktioniert. Dabei ist es aber häufig so, dass man noch viel, viel spezieller auf den einzelnen Kanal schauen muss. Falls dein Kanal nicht wächst und du aber das Gefühl hast, ich mache doch alles genauso, wie der mir das sagt und wie er mir es zeigt, dann kann es sein, dass das der Grund ist. Wie ich das genau meine und was du stattdessen machen solltest, das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und YouTube ist extrem nischenspezifisch. Wir haben uns ja zum Beispiel darauf spezialisiert, wie man es schafft, sich auf YouTube als Experte zu positionieren, als Unternehmen. Das sind hauptsächlich die Kunden, mit denen wir arbeiten. Und das ist jetzt zum Beispiel komplett anders, als wenn wir einen Musikkanal machen würden, einen Gamingkanal, einen Vloggingkanal. Die Videos sind einfach komplett anders. Aber selbst innerhalb von diesen Kanälen, die wir betreuen, auch da muss man sich jedes Mal wieder in jedes neue Thema einarbeiten, wenn man mit einer neuen Art von Kanal zu tun hat. Denn unterschiedliche YouTube-Kanäle funktionieren wirklich anders. Und es gibt keine allgemeine Formel, so schafft man es, jeden YouTube-Kanal erfolgreich zu machen, weil unterschiedliche Nischen wirklich unterschiedlich sind und man muss sich da reinarbeiten. Das fängt schon damit an, ist der Kanal eher für Suchen relevant oder eher für Vorschläge? Sind das Themen, die kurzfristig funktionieren und aktuell quasi viele Aufrufe bekommen oder sind das eher langfristige Themen? Ist das was, wo man eher eine Community aufbaut, wo man Zuschauer hat, die sich das regelmäßig anschauen oder ist das eher ein Thema, was nur kurz angeschaut wird? Auch ist es so, dass in unterschiedlichen Bereichen von YouTube verschiedene Formate besser oder schlechter funktionieren. Es ist so, dass der Videoaufbau je nachdem ein ganz anderer sein muss oder dass man mit ganz anderen Worten arbeiten muss, um die Aufmerksamkeit von den eigenen Zuschauern zu bekommen. Man kann YouTube also nicht so ganz so einheitlich betrachten, wie man das meistens tut. Klar, ich muss hier auf meinem Kanal das irgendwie runterbrechen, sodass es für eine möglichst breite Masse funktioniert, aber du solltest das immer noch mal wieder für dich übersetzen und vor allem am Anfang ein paar Schritte machen, wenn du mit deinem YouTube-Kanal startest. Ich habe nämlich jetzt drei Tipps für dich, wie du das konkreter noch für deinen YouTube-Kanal verstehen kannst und das dementsprechend dann auch so umsetzen kannst, dass es auch in deiner Nische besser funktioniert. Tipp Nummer eins, wenn du auf YouTube startest, schau dir verschiedene andere Kanäle an, die es schon gibt. Welche Kanäle sind besonders groß in deinem Bereich? Welche tauchen besonders oft auf, wenn man in nach so Themen, wie du das machen würdest, in der YouTube-Suche sucht? Und dann schaust du mal darauf, welche von den Videos von dem Kanal haben am allermeisten Aufrufe? Welche Videos von den aktuellen haben mehr Aufrufe? Welche haben weniger Aufrufe? Was kannst du zum Beispiel daraus lernen, welche Wörter besonders gut bei der Zielgruppe anzukommen scheinen? Was gefällt dir gut an den Videos und was fällt dir nicht so gut an den Videos? Wie sind die Videos aufgebaut? Was für Formate macht der YouTube-Kanal? Was für andere Formen als normale YouTube-Videos quasi werden da hochgeladen? Also zum Beispiel Livestreams gemacht oder Shorts benutzt, den Community-Tab benutzt und so weiter. Was ganz wichtig ist, hier geht es nicht darum, die großen Kanäle einfach zu kopieren. Damit wirst du nicht erfolgreich werden, weil die Leute können sich auch einfach die anderen Kanäle angucken und die wissen das auch außerdem wahrscheinlich schon deutlich besser, wie ihr eigener Kanal funktioniert. Es geht schon darum, dass du deine eigene Variante findest, aber es ist einfach total hilfreich, am Anfang mal zu schauen, wie tickt denn so der Bereich, den ich hier mache auf YouTube und wie unterscheidet er sich vielleicht auch von anderen Bereichen? Gibt es Sachen, die hier besonders gut funktionieren, die vom Videoaufbau anders sein müssen und so weiter, die einfach anders sind als zum Beispiel bei meinen Videos, das der Fall ist. Was ich dir auch wirklich empfehlen kann, ist, schau dir das Ganze nicht nur auf Deutschland spezifisch an, sondern guck mal international, auch in anderen Sprachen. Englisch, klar, aber ruhig auch noch in anderen Sprachräumen. Übersetz mal deine Themen einfach auf verschiedene Sprachen, gib die in der YouTube-Suche ein. Man kann auch YouTube einfach mit einem Rechtsklick in den meisten Browsern, kann man jede Webseite auch einfach auf Deutsch übersetzen. Dann siehst du auch bei anderen Sprach-, andersprachigen Kanälen, was für Videos die so veröffentlichen und vielleicht kannst du auch daraus noch was lernen. Der zweite wichtige Tipp ist, beschäftige dich mit deinen Zuschauern. Versuch deine Zielgruppe wirklich zu verstehen. Dafür kannst du entweder online suchen, also gibt es irgendwie Foren oder gibt es irgendwie andere, die Kommentarspalten in anderen YouTube-Kanälen oder gibt es irgendwo so Gruppen auf Social Media oder so, wo die Leute sich aufhalten, wo die Fragen stellen, wo die sich gegenseitig Sachen teilen und so weiter. Damit kannst du dich beschäftigen, aber sprich ruhig auch einfach mal wirklich mit Leuten. Dabei geht es nicht darum, dass du mit irgendjemandem sprichst, also nicht irgendwie den nächsten besten Freund von dir nehmen, sondern wirklich jemanden, der aus der Zielgruppe ist, der die relevante Zielgruppe ist, die du ansprechen möchtest. Jemand, der sich auch am besten regelmäßig solche Videos anguckt, wie du sie machen möchtest, dann kann man da super viel rausfinden. Wie ganz wichtig ist hier, dass du offene Fragen stellst. Also nicht die Person fragen, könnte dich das interessieren, wenn du irgendwie bevor hast, was du machen. Die Leute sind meistens nett und sagen ja, sondern wirklich offene Fragen stellen und versuchen rauszufinden, was schon besteht. Dabei ist es auch sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Video, was für einen Kanal du eröffnen möchtest, je nachdem, was für Videos du machst, was du da fragen solltest. Also wenn du zum Beispiel einen inhaltlicheren Kanal hast und du löst Probleme von den Leuten, so ähnlich wie das hier auf meinem Kanal ist, dann ist es auch genau das, wonach ich fragen würde. Also fragen, was für Probleme haben die Leute in dem Bereich, wo wollen die eigentlich hin, was sind die Ziele, um wirklich die Situation zu verstehen und entsprechend das, wo die Leute sind. Und nicht irgendwie nochmal durch den Filter gehen und sagen, hö, das ist ja dumm. Selbst wenn das dumm ist, ist es ganz wichtig, dass du verstehst, wo die Leute aktuell sind, weil da musst du sie erstmal abholen. Das ist ganz, ganz relevant. Gleichzeitig, wenn du zum Beispiel Unterhaltungsvideos hast, bringt das die Leute ja gar nichts, dir ja nichts, wenn du die Leute nach Problemen und Zielen und sowas fragst, sondern dann ist es viel relevanter, die Leute zum Beispiel zu fragen, was für Kanäle gucken die sich regelmäßig an, was gefällt denen besonders an den Kanälen. Auch das kannst du eigentlich in jedem Bereich als Frage stellen. Also frag die Leute nach ihren Lieblingsinhalten, danach, was du besser machen kannst als andere Kanäle, die da bestehen, und ob die Leute sich die Videos regelmäßig anschauen oder nicht, wie die Leute die Videos gefunden haben beziehungsweise immer noch finden von den anderen Kanälen, wie die jeweils darauf stoßen, um einfach zu verstehen, wie funktionieren diese Kanäle, die sich meine Zielgruppe anschaut und wie verhält sich auch meine Zielgruppe auf YouTube. Was ganz wichtig ist, ist, achte auf die Worte, die deine Zielgruppe benutzt. Das macht einen riesen Unterschied. Wenn du einfach nur inhaltlich das mitnimmst, das dann wieder in deinen Worten formulierst, kann es sein, dass du da häufig doch wieder einen Schritt zu weit bist. Das heißt, achte genau darauf, was sind die Worte, die deine Zielgruppe benutzt und was sind die Worte, die der Zielgruppe wirklich wichtig sind, womit man eine emotionale Reaktion am besten bei deiner Zielgruppe auslösen kann, sodass du es schaffst, eben entsprechend dann auch diese Worte in Titeln, in Thumbnails zu benutzen bei den Einstiegen von deinen Videos, um spezifisch deine Zielgruppe anzusprechen. Das rauszufinden, macht häufig einen großen Unterschied für so einen YouTube-Kanal. Tipp Nummer drei, sieh die ersten Monate auf deinem YouTube-Kanal als Testphase an. Es ist ganz, ganz wichtig, du wirst nicht mit deinem allerersten Video super erfolgreich. Es geht am Anfang darum, rauszufinden, was funktioniert. Das heißt, schau, welche Videos bekommen mehr Aufrufe, welche bekommen weniger Aufrufe. Probier einfach mal verschiedene Formate aus und schau, wie gut diese funktionieren, wie gut die ankommen, womit du es schaffst, auch Leute anzuziehen. Und sei da gerne kreativ. Also du kannst natürlich was mitnehmen, was du da von anderen Leuten gelernt hast, was du von anderen Kanälen gelernt hast, von deiner Zielgruppe. Aber probier auch ruhig selber was aus, was du als neue Idee hast, was du so noch nie gesehen hast und wo du sagst, das könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Das heißt, mach am besten mal wirklich in ganz viele unterschiedliche Richtungen Videos. Und so würde ich dir auch empfehlen, so einen Kanal zu starten. Starte erst mal breit. Mach verschiedene Sachen, natürlich irgendwo in deinem Themenfeld oder in der Art von Kanal, die du machen möchtest. Also du musst jetzt nicht irgendwie Kochvideos machen, währenddessen du gleichzeitig irgendwie Leuten erklärst, wie man irgendwie Fahrrad fährt, weiß ich nicht. Aber das muss nicht eine komplett unterschiedliche Art von Kanälen sein und dann machst du noch Gaming-Videos gleichzeitig und sowas. Das ist nicht Ziel fühlen. Aber innerhalb deinem Feld ganz viele verschiedene Formate und Unterthemen auszuprobieren, das hilft. Und dann bist du am Anfang bereit, wenn du merkst, die Sachen funktionieren. Dann konzentrier dich genau auf die Sachen, die funktionieren. Machst den Kanal total spitz. Und wenn du dann einmal wächst, dann kannst du auch wieder anfangen, noch neue Sachen irgendwie zusätzlich nochmal auszuprobieren. So würde ich immer einen Kanal starten. Quasi breit, schmal und dann wieder breit. Dass du ganz am Anfang guckst, was kann überhaupt funktionieren. Dich dann darauf konzentrierst und erst wenn du eine gewisse Größenordnung hast, den Kanal dann auch weiter wieder erweiterst. Ganz wichtig, es gibt ein paar Fehler, die man machen kann. Die solltest du auf keine Fälle machen an der Stelle. Die erste Sache ist, irgendwie den Videoaufbau oder irgendwie Inhalte von anderen Kanälen zu kopieren. Vor allem dann, wenn sie nicht aus deiner Nische sind. Gerade wenn es um so Sachen wie Videoaufbau geht. Ich sehe zum Beispiel immer wieder Kanäle, die diesen klassischen Aufbau, wie ich den zum Beispiel auch am Anfang von meinen Videos mache. Dass ich erst eine kleine Hook habe, dann kommt das Intro, dann stelle ich mich vor, dann geht's los. Dass Leute das übernehmen für Videos, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn jemand irgendwie einen völlig anderen Kanal hat, einen Urlaubsvlog oder sowas oder irgendeine Art von Unterhaltungskanal, dann ist das häufig total der Schwachsinn, diesen Aufbau am Anfang zu machen. Trotzdem kennt man den natürlich von anderen Videos und übernimmt den für sich. Da ist es ganz wichtig, dass man wirklich die anderen Kanäle aus der eigenen Zielgruppe versteht. Und dass man wirklich merkt, hey, in meiner Branche funktioniert das so und ist der Aufbau vielleicht ganz, ganz anders. Ähnliches gilt für die Designs von YouTube-Kanälen. Gerade auch, wenn es um Thumbnails geht. Ich sehe immer wieder Kanäle, die quasi meinen Thumbnailaufbau 1 zu 1 übernommen haben, in einer anderen Farbe, aber in einem ganz anderen Bereich unterwegs sind. Wo ich sagen würde, nein, hier kannst du viel visuellere Thumbnails machen, und die werden viel besser ankommen, weil es einfach so ein Übernehmen quasi von anderen Kanälen ist. Also ja, schau auf andere Kanäle, was die machen. Schau aber bitte auf Kanäle aus deiner eigenen Branche. Und selbst da, darüber habe ich mir ja hier schon mal in diesem Video erzählt, ist es ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach Inhalte übernimmst und gerade auch nicht Designs übernimmst. Damit wirst du dir keine eigene Marke erschaffen können und dann kommst du auch nicht voran damit. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber wenn du sagst, dass jeder Kanal so individuell ist, was bringen mir denn dann überhaupt noch die Inhalte auf diesem Kanal hier, auf meinem Kanal So geht YouTube? Naja, es ist ja schon so, dass YouTube technisch überall gleich funktioniert. Also grundlegende Sachen, worauf man achten muss, sind schon ähnlich. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass die Menschen anders sind. Und das ist das, was ich großartig unterscheide. Die Zuschauer erwarten bei verschiedenen Formaten einfach unterschiedliche Sachen. Das sind eventuell ganz andere Zuschauer. Die interessiert in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Sachen. Und auch für verschiedene Arten von Videos funktionieren unterschiedliche Aufbau von YouTube-Videos, andere Titel-Kombinationen und so weiter. Das heißt, gerade wenn es darum geht, die Menschen zu verstehen, dann musst du das für deine spezifische Nische erstmal lernen, wie da die Leute funktionieren. Das macht 80% von deinem Erfolg aus. Falls dich das noch mehr interessiert, ich habe, das ist schon ein bisschen was älter, dieses Video, aber hier habe ich mal genau gezeigt, wie ich an einem Beispiel von einem YouTube-Kanal so eine Themenrecherche und vor allem so eine Zielgruppenrecherche gemacht habe. Schau dir das gerne an, da kannst du praktisch nochmal viel draus lernen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.